Trudy, guck mal! Da komm! Da komm, Trudy! Johnny! Dann kommt vielleicht die Trudy. Aber sie sieht nicht danach aus. Jungen! Uh-huh! Da komm! Da komm! Guck mal hier! Da komm! natürlich noch zu scheu das ist der dritte tag ich lege den jetzt mal hier so zwei püppchen noch hin so hat ihr das gegeben oh jetzt hat er es weggenommen das ist ja ein Gierschlund aha ich dachte schon irgendwann gar nichts ab das ist ja das ist ja das war schon mal lecker hier sind ja süße kleinen schreckhaften Dinger ok das ist ja